In diesem wichtigen Video möchte ich mit euch darüber sprechen, wie Menschen mit Borderline sehr, sehr häufig tatsächlich leben. In welchen Lebensbedingungen Menschen mit Borderline häufig existieren müssen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, denn die Existenzbedingungen von Borderline-Betroffenen sind häufig sehr viel schlechter, als sie es sich selber trauen, es anderen Leuten zu erzählen. Häufig erzählen Menschen mit Borderline nicht einmal in entsprechenden Selbsthilfegruppen, in welchen prekären Verhältnissen sie tatsächlich leben. Häufig schämen sich Menschen mit Borderline auch davor, dem eigenen Therapeuten darüber zu berichten, was in ihrem Leben tatsächlich los ist. Und somit entsteht eventuell auch eine Art von Schauspiel, selbst gegenüber den Personen, Therapeut, anderen Leuten aus Selbsthilfegruppen, wo man eigentlich nicht schauspielern sollte, weil es schlicht und ergreifend für die eigene Lebensentwicklung kontraproduktiv wäre. Deswegen in diesem Video legen wir wirklich einmal die Karten offen, wie leben, wie existieren Menschen mit Borderline ganz, ganz häufig. Und das vor allen Dingen deshalb, dass nämlich auch andere von Borderline-Betroffene sehen, dass sie erkennen, hey, ich bin nicht der einzige Mensch mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen, der in solchen Verhältnissen lebt, wie ich sie gleich in diesem Video hier vorstellen werde. Das ist ganz, ganz wichtig, damit auch die Scham abgebaut werden kann. Und das ist auch ganz besonders wichtig dafür, dass Betroffene vielleicht erkennen, wie wichtig es ist, sich bezüglich dieser Probleme dem Therapeuten gegenüber zu outen. Ja, aber lassen wir es der langen Vorrede genug sein. In welchen Verhältnissen leben denn Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen denn nun ganz, ganz häufig? Ja, ganz, ganz häufig ist es natürlich so, dass Betroffene in einer vermühlten, verdreckten oder zerstörten Wohnung leben. Ganz, ganz häufig ist es so, dass Menschen mit Borderline Schulden haben, dass sie natürlich von Sozialhilfe leben, häufig gar kein Geld haben für eine ausgewogene Ernährung oder sich auch mal kleine Dinge leisten zu können. Ganz, ganz häufig ist es so, dass Menschen mit Borderline, ohne dass sie es anderen erzählen würden, von Bedrohung und, ja, Bedrohung und Gewalt ausgesetzt sind. Zum Beispiel eventuell durch den Ex-Partner oder den aktuellen Partner. Ganz, ganz häufig haben Menschen mit Borderline, wenn sie Väter oder Mütter sind, auch immer wieder Phasen, wo sie mit der Erziehung ihrer Kinder erheblich überfordert sind. Auch das ist keine Seltenheit bei Borderline. Ganz, ganz häufig existieren natürlich auch eine Drogenabhängigkeit oder eine Spielsucht oder Süchteunabhängigkeit anderer Art und so weiter und so fort. Das waren jetzt mal einige typische Beispiele für die Lebenssituation von Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen, über welche sie häufig selber schweigen. Ja, das sind die Verhältnisse, in denen Borderliner ganz, ganz häufig leben. Und das ist auch wichtig für Angehörige zu verstehen. Denn Angehörige sagen zum Beispiel, schau mal, du bist doch jetzt, was weiß ich, 17, 20, 25. Du machst ja gerade deine Schule oder du machst gerade dein Studium oder holst vielleicht mit über 30 noch deinen, oder möchtest deinen Abschluss nachholen irgendwo an der Abendschule. Und warum lernst du denn nicht fleißig dafür? Warum kriegst du das denn nicht hin mit deinem Abschluss? Jetzt hast du die Möglichkeit, dich ranzusetzen und so weiter und so fort. Ja, wir müssen immer bedenken, dass natürlich die Lebenssituation von Menschen mit Borderline teilweise so prekär ist, dass sie einfach keinen Kopf dafür haben, Schule oder Studium zu machen oder auch keinen Kopf und gar nicht die, ja, die Verfassung dafür zu haben, zum Beispiel sich voll und ganz auf einen Job oder die Jobsuche zu konzentrieren. Ja, wir müssen immer bedenken, dass Menschen mit Borderline häufig, dass da noch ganz, ganz viele Dinge unter der Oberfläche sind, welche sie einem auch nicht erzählen, welche aber natürlich dabei hindern können, die Meilensteine in der gesellschaftlichen Entwicklung, Schulabschluss, Arbeit, Erziehung, was weiß ich, zu erreichen, welche andere vielleicht deshalb viel leichter erreichen können, weil sie bessere existenzielle Voraussetzungen haben und bessere Startbedingungen. Ja, eine Sache noch, bevor wir gleich über eine wirklich noch ganz, ganz wichtige Sache sprechen, ein wirkliches Tabuthema, ein Tabu der Tabus, möchte ich sagen, natürlich die hier gesagten Dinge treffen nicht auf alle Menschen mit Borderline zu, geht also jetzt nicht raus auf die Straße und sagt, aha, ich kenne da eine, die hat Borderline, jetzt weiß ich ja, die hat eine vollständig vermüllte Bude, ich habe es ja schon immer geahnt, ne, ich wusste doch, das ist so eine. Alle diese Dinge treffen nicht auf alle Menschen mit Borderline zu, auf sehr viele, ja, das möchte ich hier klar machen, es trifft auf sehr, sehr viele zu, aber mit Sicherheit nicht auf alle und um mal beim Thema Reinlichkeit und Wohnung und so zu bleiben, ich kenne viele Menschen mit Borderline, die tatsächlich einen regelrechten Putzfimmel haben und bei denen es sehr, sehr sauber zu Hause ist, ja, also, wie gesagt, bitte geht jetzt nicht raus und schiebt irgendwelchen Menschen, nur weil sie eine bekannte Borderline-Diagnose haben, irgendwelche Punkte in diesem Video unter. Ja, wie gesagt, ich möchte jetzt noch auf eine ganz, ganz wichtige Sache zu sprechen kommen, ein Tabu der Tabus, das ich hier offenlegen möchte, gebe allerdings, weil wir jetzt wirklich, ja, über krasse Dinge sprechen, mal wieder eine Trigger-Warnung raus, mit der ich auf diesem Kanal, obwohl wir natürlich häufig Trigger-Themen haben, sparsam bin, weil es ja schon am Videotitel und weil es ja schon grundsätzlich bei den Themen, die ich hier bespreche, klar ist, dass es, ja, dass man nicht unbedingt die leichteste Kost hier auf meinem YouTube-Kanal zu erwarten hat. An dieser Stelle gebe ich aber nochmal eine, ja, gesonderte Trigger-Warnung raus für das, was jetzt kommt. Ich habe gerade schon gesagt, dass Menschen mit Borderline häufig auch jetzt noch Gewalt erleben. Und Menschen mit Borderline erleiden auch häufig jetzt noch Missbrauch. Und darüber sollten wir wirklich sprechen. Und zwar schreiben die Experten Martin Bohus, das ist ein ganz, ganz bekannter Borderline-Experte aus Deutschland, und Martina Wolf-Arehult zum Thema Lebensverhältnisse von Menschen mit Borderline in einem ihrer Fachbücher. Zitat. Ein weiteres schwerwiegendes Problem stellt der Kontakt zu Tätern im Erwachsenenalter dar. Täter-Opfer-Interaktionen sind oft tief verankert und bedürfen nur weniger Signale, um aktiviert zu werden. Häufiger als gemeinhin vermutet finden auch im Erwachsenenalter inzestuöse sexuelle Kontakte statt. Man tut gut daran, sich zu vergegenwärtigen, dass die erwachsene Patientin sich zwar als wehrlos empfindet und unfähig, Widerstand zu leisten, dennoch ist dies ihrem Selbstbild als erwachsene Frau in keiner Weise zuträglich. Die Folge ist eine Invasion von Scham- und Schuldgefühlen, die in aller Regel nicht thematisiert werden, häufig aber zum Therapieabbruch führen. Auf der anderen Seite finden wir Täter, die in der Regel Angst davor haben, ihre Delikte könnten ans Licht kommen. Ein Therapiebeginn kann diese Dynamik aktualisieren und nicht selten unter Drohung zur Wiederaufnahme sexueller Kontakte führen. Zitat Ende. Ja, was heißt das? Was wurde da jetzt gesagt? Da wurde gesagt, dass natürlich zu der Gewalt die Menschen mit Borderline auch als Erwachsene häufig erleben, auch Missbrauch im sexuellen Sinne dazukommen können und das sogar noch durch die Eltern, durch Familienangehörige, auch wenn die Betroffenen noch erwachsen sind. Und ganz, ganz wichtig, wir haben ja gerade gehört, dass solche Dynamiken zum einen schnell wieder aktiviert werden, durch bestimmte Trigger, die in der Täter-Opfer-Beziehung, das heißt Borderline und von mir aus Familienangehöriger, schon seit der Kindheit natürlich so installiert wurden, dass man dann als der Betroffene ganz schnell wieder in diese alten Muster kippt und dass natürlich auch die Gefahr, dass der Täter so etwas anstößt, dadurch erhöht wird, wenn der oder die Borderline-Betroffene in Therapie geht. Das, meine Lieben, sollte aber kein, und das ist ganz wichtig, Hinderungsgrund dafür sein, eine Therapie aufzunehmen. Es sollte allerdings ein Anstoß dafür sein, die Schweigespirale zu durchbrechen, in welcher sich Menschen mit Borderline sehr, sehr häufig befinden. Das heißt, also diese ganzen Dinge jetzt in diesem Video, die häufig verschwiegen werden, die häufig aus Scham tabuisiert werden, selbst gegen den Therapeuten dann doch offen zu legen letztlich, sich dem Therapeuten anzuvertrauen oder sich natürlich auch anderen Stellen, die dafür geeignet sind, anzuvertrauen, Frauenhäusern gegenüber anzuvertrauen, der Polizei gegenüber anzuvertrauen. Ich packe euch in die Videobeschreibung auch noch zwei Telefonnummern, bei denen ihr anrufen könnt, wenn ihr Gewalt erlebt. Zwei Nummern separat für Männer und Frauen, denn das ist auch ganz, ganz wichtig. Ja, da, auch Männer erleben übrigens häufig häusliche Gewalt, haben wir auf diesem Kanal auch schon drüber gesprochen, aber ich denke, es ist klar, warum es wichtig ist, dass Männer und Frauen separate Nummern hier haben. Ja, schreibt sehr, sehr gerne, wenn ihr Betroffene seid, auch eure Tabuthemen, eure Lebensprobleme, eure Existenzbedingungen, einmal in die Kommentare. Ich möchte in diesem Video hier nicht rumschlaumeiern und sagen, hey, ich kenne euch, liebe Borderline-Betroffene, besser als ihr euch selbst. Nein, ich möchte mit diesem Video, wie gesagt, zum einen sichtbar machen, dass ihr nicht alleine seid und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und vielleicht auch einen Anstoß dafür geben, dass es auch zu, ja, zu weiteren, zu einer weiteren Diskussion in den Kommentaren kommt. Ich bedanke mich auf jeden Fall wie immer für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch das Thema Borderline-Persönlichkeitsstörung interessiert, abonniert gerne diesen Kanal, schaut mal hier unten in meiner Borderline-Playlist vorbei, oben findet ihr noch ein weiteres Video zum Thema Borderline und wenn ihr mich und dieses ganze YouTube-Projekt unterstützen möchtet, werdet von Herzen gerne auch Kanalmitglied. Ich bedanke mich für, ja, ich habe es schon gesagt, für eure Aufmerksamkeit. Haltet die Ohren steif, lasst euch nicht unterkriegen und bis zum nächsten Mal.